Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part enshrouded. Was ich jetzt im Off gemacht habe, ist, dass ich meinen Altar aufgewertet habe und ich habe zu den Säulen der Schöpfung hingeguckt, ob das Ganze jetzt funktioniert. Und ja, es funktioniert. Das heißt, in dem Part werden wir uns eben durch die Säulen der Schöpfung winden und dann bin ich mal gespannt, was da so auf mich zukommt. In dem Sinn Leute, viel Spaß und let's go! Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt auf Flammenstufe 4, was mir natürlich jetzt ein paar gute Boni verschafft hat. Die nächste Stufe wird dann noch ein bisschen dauern, weil man Räubosch braucht oder wie man es ausspricht und Minz, äh, Minz, Pilzfleisch und so weiter und so fort. Aber ich bin ja froh, dass es jetzt erstmal klappt, dass wir in die Säulen der Schöpfung rein- oder durchgehen können oder was auch immer da halt jetzt ist. Wir essen jetzt was und trinken was. Und dann düsen wir auch hin. Ich habe jetzt hier nochmal einen zweiten Altar platziert, damit wir schneller da sind. Und da stehen wir beim Tor zu den Säulen der Schöpfung. Ich werde mir gleich mal zur Vorsicht ein helles, ein helles Irrlicht anmachen, denn ich weiß, wie gesagt, ja nicht, was mich jetzt hier schon wieder erwarten wird. Wir sind auf jeden Fall im Miasma. Ach so, was ich aber machen könnte, wäre tatsächlich, mir hier einfach mal einen Wegpunkt zu markieren. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, ob ich jetzt hier durchlaufen kann oder was halt eben jetzt hier ist. Deshalb, ja, keine Pläne. Außer diese blöden Dinger hier schon wieder. Tausende davon. Machen das hier mal schnell kaputt. Hä? Hallo? Ah, hier geht's. Wunderbar. Dann ist das auch erledigt. Boah, ich sehe nichts. Wie dunkel ist es denn hier bitte? Ah, hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. That's pretty good. Soll ich mal, ich glaube, ich zerlege mal kurz die Dinger hier alle und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da war jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwas Grasses drin, deshalb... Oh, wow, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ist ja interessant. Inneres Sanctum. Können wir hier irgendwas lesen? Nope. Und ich bin Stufe 16. Das ging ja schnell. Ich glaube, das ging auch so schnell, weil ich noch den Bernstein abgebaut habe, den ich für die Altaraufwertung gebraucht habe. Also irgendwie kann man da hochlaufen, glaube ich. Aber ich würde ganz gerne erstmal hier runterschauen, was hier ist. Wenn hier überhaupt irgendwas ist. Seltsames Bauwerk. Ja. Also da unten ist definitiv nichts. Raufgehen kann ich hier auch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal links weiter. Hier ist ja auch nichts, oder? Nö. Gut. Dann in this way. Überall Zelte, aber kein Hinweis. Da liegt eine schlafende Leiche und hier ist eine Kiste. Oh, Gebet der Flamme, Schriftrolle trank der Brut und besserer Mana trank. Willst du mir damit irgendwas sagen? Hm. Was haben wir hier? Ach, das ist nur ein Feuer. Lesen. Neue Theorien. Ich muss meine Studien überdenken. Meine Theorie nahm erst an, dass dieser Berg der Säulen der Schöpfung ein aktiver Vulkan sei. Der Abgrund von Lava wäre ja wohl der Beweis genug. Ich dachte, dass die Spitze während eines prähistorischen Ausbruchs aufgerissen worden sein muss und das Land, wie wir es kennen, geformt hat. Und diese seltsame Struktur. Nun ja. Vielleicht den Ort des Gebets und der Andacht vor langer Zeit von den Erbauern errichtet. Leider habe ich das alles nicht als erster entdeckt. Vor mir war schon eine andere Expedition hier. Ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Sie glauben, dass es sich um eine Art Tor handelt. Wirklich interessant. Ich werde meine Theorien anpassen. Caspian. Mhm. Eine Art Tor. Aber wohin führt dieses Tor? Brauchen wir Fell für dieses Tor? Ah, hier sind irgendwie solche Dingsidingsis. Aber auf die habe ich keine Lust, deswegen gehen wir außenrum. So. Und was ist das? Äste. Gut. Hätte ja auch was Besonderes sein können, nicht wahr? Einmal öffnen, bitte. Und hier sind auch wieder solche Dinger, die mache ich auch mal schnell Kabu... Kabutschko. Einfach, weil... Ich gucke mal, was da drinnen ist. Man findet ja doch dann immer irgendwas brauchbares, eventuell. Oder halt auch nicht. Kupferbarim schaut. Dann noch ganz kurz die Seite. Oh. Was sehen denn meine entzündeten Augen da oben? Ich zeige es euch gleich, falls ihr es nicht auch gerade gesehen habt. Und ich habe fossilen Knochenstaub freigeschaltet bei Schleifsteinen. So. Hier. Das Ding da oben. Activated. Was geht denn hier jetzt ab? Okay. Dann laufen wir doch mal hier so hinterher. Und einmal da lang. Was ist denn das jetzt hier? Okay. Hier ist einfach nur eine Kiste mit Ritterstiefeln. Schön. Vielleicht können wir die ja gebrauchen. Dann müssen wir da rüber. Und sind drüben. Okidoki. Was ist hier? Hier ist eine Tür, die muss man, glaube ich, hier aufsprengen. Das geht schneller. Ich lerne ja auch manchmal von euch öffnen. Komme ich durch? Ja. Cool. Noch eine Kiste. Mit Mystiker-Handschuhen. Hier werde ich fündig, Leute. Das ist das Rens-Fund-Haus hier. So. Was ist jetzt hier? Ich brauche noch mal Licht. Quatsch. B ist es. Benutzen. Das weiß ich natürlich nicht. Können wir hier auch mal reinschmeißen. da noch irgendwas ist? Sieht mir jetzt, glaube ich, aber nicht so aus. Nee, ich glaube, hier ist nix. Oder ich täusche mich mal oder... Nee, nix. Reingefallen. Okay. Dann einmal nach da drüben. Weiß nicht, ob ich da auch hoch kann, aber ich muss hier hin. Das sehe ich. Okidoki. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier kann man wieder was reinschmeißen. Ist denn hier etwas dahinter? Nö, auch nicht. Gut. Hier ist eine Tür mit Kiste. Teerbogen. Ach ja, übrigens, wo wir beim Bogen sind. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass ich hier den Bogen des Brutkommandanten habe und ich habe auch alles hier ausgerüstet. Also der müsste ja jetzt ultra-mega-OP sein. Okay, da oben ist wieder irgendwas, wo man draufschießen kann. Beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Da muss ich noch irgendwo hinschießen. Aber wo? Habe ich bis jetzt noch nichts gesehen? Oder ich habe es übersehen. Schauen wir mal. Ja, weil die Tür geht nämlich hier nicht auf. Gut, okay, dann weiß ich nicht, wo ich es übersehen habe, ehrlich gesagt. Das ist dann hier die Frage aller Fragen. Ah, hier ist was zum raufwurschteln. Gut. Da ist was zum Schießen. Bumm. was ist hier noch so? Das war das. Nee, ich glaube, dann ist hier nichts mehr. Ähm, hier ist aber noch eine Tür zu einer kleinen Kiste. Lichtexplosion. Und jetzt ist hier auch die Tür auf und wir können durchdüsen. Obelisk der Erbauer. Unser wachsames Auge findet man dann hier dann sonst noch irgendwas? Weil irgendwie... Wo sind denn jetzt die Schreinerwerkzeuge? Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ich bin ja froh, dass hier keine Gegner sind. Das macht es nämlich viel einfacher. Forschungslager. Ist irgendwo eine Truhe? Nee, hier kann man was lesen. Das machen wir gleich. Erstmal hier umschauen. Da ist eine Truhe. Verbänden. Erstmal Meteoritenschauer. Okay. Hier ist auch eine Kiste. Nochmal Meteoritenschauer. Hier ist auch wieder was zu lesen. Kann man da noch weiter hoch? Okay. Dann lesen wir mal schnell. Oh, was ist hier? Ach, die Schreinerwerkzeuge. Unveredelter Steinblock bei Werkbahn. Cool. Hier kann man auch noch was nehmen. Holzpfeile. Genau das hat die Welt gebraucht. Und dann lesen wir uns mal durch. Das berühmte Drachenschwert. Ich vertraue meinem wissenschaftlichen Instinkt, aber damit bin ich wohl die Einzige. Die anderen glauben nicht daran, dass es das Drachenschwert wirklich gibt. Sie halten es nur für eine Fabel aus einer vergangene Zeit. Aber die Existenz echter Drachen würde den Ursprung unserer großen versteinerten Knochenvorkommen erklären und könnte die Lücken in der Drachen Geier Abstammung füllen. Wenn ich das Drachenschwert finden und aus seiner vergessenen Höhle bergen würde, könnte ich meine Theorien festigen. Bis dahin würde ich zum Gespött meiner Kollegen werden, wenn ich meine wahre These verrate. Vergessenen Höhle. Okay. Ich habe es völlig vermasselt. Dieses seltsame Bauwerk, wir wissen nicht, wozu es dient. Caspian, dieser Idiot, hat uns nach unserem Fortschritt gefragt. Ich stammelte nur vor mich hin und habe mir dann einfach etwas ausgedacht. Sagte, es sei ein Tor zu den Sternen, dass die Erbauer damit einen Pfad gen Himmel öffnen wollten, angetrieben von der Energie des Feuers. Und ich glaube, er hat das geschluckt. Ich möchte nicht, dass Caspian etwas vor uns herausfindet. Ich habe mir seine Steinmetz- Werkzeuge geschnappt und sie in unser Lager versteckt. Wenn Lorraine Krim hier wäre, würde sie mich dafür schwer verurteilen. Aber, nun ja, wahrscheinlich ist sie mit dem Damm beschäftigt. Nala. So, irgendwas Geheime-Beimiges. Was ist denn, wenn wir hier hochlaufen? Finden wir da irgendwas? Oh ja, eine Kiste. Mein Schatz. Wirbelbrecher. Oh wow, das hört sich sehr wirbelbrecherisch an. Wo kommen wir denn dahin? Komm mal hier raus. Sieht fast so aus. Aber, ich war ja eigentlich noch nicht fertig, weil, ich wollte ja noch gucken, ob da hinten irgendwas ist, weil doch da der Weg auch so komisch hochführt. Deswegen düsen wir jetzt da nochmal schnell hinauf. Gucken. Ah, das ist tatsächlich dann auch wieder nur ein Ausgang. Ach, die tun mir nix, ne? Nö. Okay, ich vergaß schon wieder, meine Lieben. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Schaut her, schaut her, unbekanntes Terrain. Sind wir jetzt tatsächlich sehr schön auf dem Weg Richtung Fragezeichen. Da düsen wir natürlich auch noch hin, Standort unten. Unten? Da unten, oder was? Und was ist dann hier oben? Hm. Da muss ich auf jeden Fall dann noch gucken. dass ich wieder Altäre abreiße, damit ich hier auch einen bauen kann. VUCA Arena. Standort unten, sagt er. VUCA Gladiator. Ach, ne, ist doch nicht dein fucking ernst. Okay, den kenne ich ja aber schon eigentlich. Ja, dann machen wir ihn doch mal fertig, oder? Ich kann ja mal die Kupferpfeile nehmen. Hey, wohin gehst du? Komm her. Okay. Das war's. Hallo. Na komm, versorgen wir noch den Poppes. was machst du da? Bist du böse jetzt auf mich? Der hat ja nichts drauf, ey. Ich seh nix. ich glaube, will ihn gerne weiter anschießen. Huch. Ist das effektiver? Hm, weiß ich jetzt nicht. Macht aber nix. Oder ist was zum Ausbuddeln? Huch. Jetzt haben wir ihn bald. So, nochmal kurz weglaufen. Ah, das war's. Das war's mit unserem Gladiator. Alles nehmen. Neue Geschichte, Adlergeschichte, Jasminas Vergöttlichung habe ich bekommen. Und was war jetzt hier? Achso, das war einfach nur Ding. Okay. Hey, cool, haben wir das jetzt erledigt? Ja, mein Gott, ich erschrecke mich immer, wenn dann da im Nachhinein noch was passiert. Also, wir haben Jasminas Vergöttlichung, geil, Nahkampfwaffe, muss ich mir anschauen, hat 34 Schaden und eine Menge Gedüns hier. Die Werkzeuge haben wir, dann muss ich mir natürlich das hier noch anschauen. Ähm, jetzt gehen wir aber mal kurz da hinten rein. Was ist das hier? Weil ich ja gucken will, was hier so ist noch. Achso, das ist quasi einfach nur so sein Schlafplatz. So, und da komme ich da irgendwie hoch. Sieht fast nicht so aus. Vielleicht muss ich da dann nochmal von oben runter. Wisst ihr was? Ich möchte jetzt ganz kurz dann tatsächlich jetzt auch nochmal in die Richtung hier gehen, wo der Schmied seine Bitte noch hat, weil vielleicht können wir ja gleich auch die Schmiede Werkzeuge irgendwie noch upgraveln. Da sind wieder Wukas, aber die tun mir glaube ich nix. Deswegen kann ich die mal schnell getrost ignorieren. Und ich düse 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 im Sause Schritt und nehme euch Fellas mit auf meinem Entschraude Trip. Na wad ist der Lowe's? Wie weit noch? Ein paar Meter nur noch, ne? Ja, 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 ja. 130 Meter. Aber in diese Richtung. Aber ich brauche unbedingt ein Altar, Leute. Ist ja grausam. Oh, was bist du? Bock, bock, bock. Oh. Ja, okay. Wurscht, was ist das? Räubusch. Räubusch habe ich gefunden. Gefunden mit Tee. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier verlassen oder blöde Leute? Ah, blöde Leute, okay. Man versteckt sich doch nicht. Ist doch nervig. Gut. Sehr schön. Handelsposten lodernder fels. Macht nichts, wir haben ihn noch erwischt. Okidoki, Antichoke. Das ist eine Spinne, aber die tut mir ja nichts. Was ist hier? Wilde Kreaturen. Wie entsetzlich. Ein Gewitter hatte uns überrascht und wir suchten einfach nur einen Platz, um trocken zu bleiben, ohne uns auszuruhen. Wir hörten sie in dieser Höhle kratzen und knurren. Sie müssen uns gerochen haben, denn sie griffen unprovoziert an. Einer von ihnen riss Christoph den Kopf ab. Okay. Sein Körper fiel zu Boden wie ein nasser Getreidesack und seine Keule rutschte ihm aus den Händen, bevor er sie überhaupt benutzen konnte. Das Tier hatte dickes verfilztes Fell und aus seinem Maul ragt eine riesige Stoßzähne. Es brüllte genauso seltsam wie ohrenbetäubend. Buka. Das wird mich für den Rest meiner Tage verfolgen. Ja, ich glaube, du bist tot, deswegen würde ich gerade gar nichts mehr verfolgen. Rafa, du hast gesagt, sie würden morgen Nachmittag hier sein. Ich habe eine Ewigkeit gewartet, um das Paket für den Oswald anders abzuholen. Ich habe sogar einen Wagen vorbereitet, weil du gesagt hast, es wird schwer zu tragen sein. Alles umsonst. Sagt den Conway Brüdern, sie sollen einen Raben schicken, wenn sie da sind, obwohl, wenn sie versuchen, ihre Route durch den Umbrach gerade abzukürzen, können wir das Paket komplett vergessen. Zu meiner Verteidigung, ich Paket vom Schreiner oder wie Schmied, Schmied, Schreiner, Schmied, Schreiner. Nein, Schreiner haben wir schon geholt. Ach, nein, Mann, verzieh dich, du. Ach, scheiße, das war ja wieder so klar. Und was hat es gesagt, Standort unten? Ach, da ist er ja, komm her. Der regt mich schon wieder sowas von auf. Ja, Spinne, greif ihn an. Das machst du super. Und er greift mich aber auch gut an, ey. Komm her, du blöde Schmette Kake. Ja, geil, die Spinne von hinten und ich von vorne und schon ist er tot. Eigentlich mag ich Spinnen nicht, aber diesmal danke für die Hilfe. So, können wir nochmal gucken hier jetzt. Was ist denn hier? Durchsuchen. Und dann einmal rauf wieder zur Kiste. Hirte des Donners, sehr schön. Ah, okay, die Bitte des Schmieds ist hier weiter hinten. Das, meine lieben Leute, machen wir aber dann im nächsten Part. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und in dem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.